Die beste Kamera nützt Ihnen nichts, wenn Sie Ihre Motive nicht optimal ausleuchten. Richtig in Szene setzen Sie Ihre Fotoobjekte mit den Profi-Fotolampen von Somikon. Für die richtige Leuchtkraft sorgen spezielle Spiralleuchten. Ihre Farbtemperatur liegt bei 5400 Kelvin. Das entspricht dem Tageslicht. Gleichzeitig arbeiten die Lampen hocheffizient. Bei einem Verbrauch von nur 35 Watt erreichen Sie die Helligkeit einer 175 Watt Glühbirne. Die Fotolampen lassen sich durch die höhenverstellbaren Stative perfekt ausrichten und in alle Richtungen schwenken. So schaffen Sie für jedes Motiv individuell die perfekten Lichtverhältnisse und geben jedem Motiv seine eigenen Highlights. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 W vibbros 하는데 D- Fire